Die Sonne schien über der generalsanierten Prelatschilcher Berufsschule und der im selben Gebäudekomplex untergebrachten Fachschule und Fachakademie für heilpädagogische Berufe. Genau zu ihrem 111. Gründungsjubiläum schenkte sich die katholische Jugendfürsorge KJF die Fertigstellung des Mammutprojekts und eine kleine Feier noch dazu. Immerhin 56 Millionen Euro hat alles gekostet. Dafür kann die KJF ihren Schülern jetzt eine optimale Ausbildung bieten. Zum einen ist die Prelatschilcher Berufsschule die größte Vörterberufsschule in Schwaben, ist Bestandteil unserer zwölf Vörterschulen in der KJF in der ganzen Diözese Augsburg mit insgesamt 2500 Schülerinnen und Schülern pro Schuljahr. Die neue Schule, wie auch alle unsere anderen Schulen und jetzt auch die neu sanierten Schulen, haben auch für die KJF eine wesentliche inhaltliche Bedeutung. Neben einer guten Betreuung und Ausbildung oder Behandlung in den sozialen oder medizinischen Einrichtungen handelt es sich ja oft um die gleichen Kinder und Jugendlichen. Und der dritte wesentliche Teil für diese Menschen ist eine gute schulische Bildung, um letzten Endes am Ende der Ausbildung, am Ende der Betreuung in der KJF einen guten Weg zu finden und im Rahmen der Teilhabe die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Der Rundgang durch die neuen Räume, die durchweg durch Helligkeit und ein großes Platzangebot auffallen, beginnt in einem der Klassenzimmer der Berufsschule. Die Klassen hier sind klein. Neun bis maximal 15 Schüler lernen hier mit der Unterstützung modernster Technik. Das Lehrerkollegium ist interdisziplinär besetzt, von Fachkräften bis zum Heilpädagogen. Für unsere Schüler ganz wichtig ist in so einem Klassenzimmer, ist die Ruhe und die Konzentrationsmöglichkeiten in so einem Lernraum. Und deswegen war ein Akustikingenieur am Werk, der hier in der Kombination von Decke und Filzfußboden, obwohl es ungewöhnlich ist für ein Klassenzimmer, eben hier eine ruhige Lernatmosphäre bereitstellt, damit die Schüler sich eben da konzentrieren können und konsequent da mitlernen können, nicht gestört werden. Die Berufsschule hat außerdem professionelle Werkstätten. Hier konnten die Lehrkräfte ihre Berufserfahrungen einbringen, sodass die Ausstattung sich an den echten Bedingungen von Betrieben wie Gastro-Großküchen, Bäckereien, Metzgereien oder Friseursalons orientiert. So wird für 800 Schüler die Verbindung von Praxis zu Theorie geknüpft. Im Hinblick auf die derzeitige Arbeitsmarktlage mit akutem Fachkräftemangel eine perfekte Ausgangslage für die Auszubildenden. Das Wichtige ist, sie kommen deswegen unter, weil wir hier nach den offiziellen Lehrplänen der Berufsschulen unterrichten. Da gibt es keinen Unterschied, auch weil die Abschlussprüfungen die gleichen sind wie die an den anderen Berufsschulen. Unterschüler machen mit denen Prüfung und die Betriebe nehmen die sehr gerne und sind auch froh, weil sie damit gleichwertig gute Arbeitskräfte haben. Wie gesagt, da gibt es keinen Unterschied bei den Abschlüssen. Der Rundgang führt von der Prelat-Schilcher Berufsschule zur KJF-Fachschule und Fachakademie für heilpädagogische Berufe, die im gleichen Gebäude untergebracht sind. Schulleiterin Maria Andres freut sich, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Vor 50 Jahren circa hat hier die Ausbildung begonnen, also für beide Schulen sozusagen. Und wir sind jetzt nach vier Jahren hier wieder zurück, sind von unserem Ausweichquartier zurückgekehrt. Und das ist ein bisschen wie nach Hause kommen, also in die alten Räume, an den alten Standort, auch wenn natürlich alles sehr neu und sehr schön und doch sehr anders ist als vorher. Etwa 160 Studierende profitieren hier von der beruflichen Weiterbildung. Nach dieser Zusatzausbildung können sie sich ihren Wunscharbeitsplatz normalerweise aussuchen. Sie sind als Arbeitskräfte begehrt. Im Moment ist es so, wir bekommen die Plätze alle voll, Gott sei Dank. Das ist so, aber wir merken schon, dass der Bewerbungsansturm, der noch vor zehn Jahren zum Beispiel groß war, gerade in der Fachakademie für heilpädagogik, haben wir mit einer Warteliste gearbeitet. Das ist nicht mehr so. Also der Wunsch eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen, ist schwieriger geworden. Es hat es sicher auch mit Corona zu tun, weil eben die Suche nach Praxisplätzen schwieriger ist, obwohl der Bedarf sehr groß ist. Und ich bin schon gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auch aufgrund des demografischen Wandels entwickelt, weil wir die Fachkräfte dringend brauchen in all den Bereichen eigentlich der Heilpädagogik und Heilerziehungspflege. Viele, die hier lernen, werden der katholischen Jugendfürsorge als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen treu bleiben. Eine klassische Win-Win-Situation, denn was für jede Schule gilt, gilt hier erst recht. Für das Leben lernen wir.